ok die schätze kommen jetzt mal kurz an so vergessen sind fünf schätze nächste ebene also es kommen nur 16 sekunden ich versuche es einfach mal ich versuche es einfach jetzt mal wie kann der in der luft schweben das war knapp das war echt knapp dass ich es noch geschafft habe wo kommt dieses raus ich weiß nur dass ich also das erste mal gesehen habe dass man dieser hausbildung mehrmals machen kann also eine komische herausforderung jetzt mit stufe 30 und so dachte ich nur wie soll ich das schaffen stupe 30 sein wenn ich so viel level muss da wusste ich auch nicht dass man das hier das system auch hier ganz anders ist das jetzt extremst langsam er hat doch bestimmt jetzt schon gemerkt ist hier noch drei gegner gestalten muss ja ich bin echt weit gekommen das muss ich sagen aber echt bis auf das eigene besser gemacht hat alles zu zeigen aber komplett alles werde ich nicht zeigen weil es gibt manche stages wo es einfach 30 ich glaube dass es ein stages gibt wo es 30 ebenen sind vielleicht zeige ich euch dann nicht alle ebenen zeige ich dann nur den endpost der ganzen der einzelnen ebenen dann nicht die lust um die zeit habe das zu zeigen ja da ist er glaub ich doch pack stufe 30 der stufe 37 wo soll er für dumme gegner sein wo soll er sein so er soll so ein bisschen überlegen und wir müssen andere weg benutzen ja jetzt muss ich mal den ausgang suchen und wo ist er denn da ein bisschen gut haben ja raus lassen okay ich weiß jetzt schon dass ich das hübs in dieses hübsal da bekommen und die anderen auch ja wenn ich auch nicht bekommen aber dass da weiß ich nicht nächste ebene in 100 sekunden okay ich dachte jetzt das war ein fehler ja es gibt drei gegner hier hier nicht ist der letzte da schaffe ich das weiß ich jetzt nicht doch geschafft so wie wenn ich habe 37 sonst ich bin wenn ich unter 30 wäre nächste ebene dreimal einen abschluss und kommando ausführung ich schaffe aber dafür muss ich diese kisten hier zerstören ja erst mal die gelden kisten sonst erst stören Einmal gemacht Ich glaube ich schaffe das Wie viel gibt es noch vor... Ach, ist locker, locker Locker schaffe ich das Ich weiß gar nicht, wie viel es noch von denen gibt Ich glaube langsam, dass man Schütze sehr schnell hier levelt Okay, Jackpot gezogen Ich habe alles hier bekommen Wartet mal Okay Meteoregen lässt eine Schwarm von Meteoren auf den Gegner herabregnen Hallo Ich habe zu viele Punkte Hey, Stufenschipp Da bin ich jetzt 39 Geht doch Ah, Platina erweitert Warte mal Ich habe hier verbunden 39 So Warte mal Bisschen Anker verstärken Magio Magio Was habe ich noch bekommen? Was habe ich noch bekommen, oder? Nein, ich habe mir das mal eingebildet Aber ich kann jetzt eine neue Fähigkeit mal schlussisch einbauen Hey Was gibt es noch auf der rechten Seite? Okay Wieso handelt es gerade so? Naja, egal Habe ich keine mehr? Naja, okay Wer bin ich die jetzt einfach mal? Hey Okay Jetzt haben wir das auch verbunden Ausrüstung der Matrix Ach ja Aero Konter Schaltschlag So, da muss ich eine Autorolle Lässt ich auch mal Ja, okay Talatine Geh nach fliehen Talatine Ah Okay Das schluss ist gut Okay Meteorregen Probier Eisachtige Kacke Scheiße Okay Echt gut B ist 39 Und Ich würde dich gerne mal etwas splitten Ich habe meine Selbstseil verloren Gravi-Bombe dafür Das ist eine Gravi-Bombe Ich habe es hier Hast du meinen Selbstseil gefunden? Ja Super, vielen Dank Und besser darauf aufpassen Das ist eine Gravi-Bombe Ist das eine Attacke? Aber Kommando Matrix Gravi-Bombe Was ist eine Gravi-Bombe? Was ist das? Eine Atombombe? Das ist eine Kugelfreiheit Die Gegner anzieht Die explodiert Und alle zum Boden schleudert Warum nicht? Ich bin eine Gravi-Bombe Aufwärtshieb Elektrosturm Eis Triple Feuer Ey, hey Aber jetzt habe ich noch eine siebte Jetzt kann ich doch noch irgendwas anderes reinfügen Was ich doch eigentlich noch machen könnte Er hat Stoß Jedes Kommand hat an die Gäste Der Maximil Achso Er hat aber Schocken aus Ideen Und den Buchsein verlieren lassen Achso, okay Eine Gravi-Bombe Klingt ja interessant Speichern Heftige Scheiße 39 Welt-Mini Ähm Anscheinend gibt es da keine Fehler Aber ich verstehe auch noch nicht wieso Okay Ach komm, ich will das jetzt mal einfach erkunden Ich gucke das jetzt mir hier an Wenn ich hier keine Systemfehler finde Dann heißt es auch, dass es bei den anderen Welten Wo auch nichts steht Auch keine Systemfehler momentan gibt Wäre die logische Schlussfolger Wenn ich mal denke Ja, übertreibt Okay Das heißt, dass wirklich Das ist hier keine Bravi-Bombe Die Helm Okay Dann heißt es wirklich, dass es hier nichts mehr gibt Gut Geht dann die Dann heißt es nur Dass ich weniger zu tun habe Und ihr euch dann weniger anschauen müsst Welten-Mini Okay Wo war da eine in Olympus Freiste Kunden Okay Stufe 40 Hm Soll ich es fragen? Ja Warum nicht? Warum nicht? 5 erfolgreiche Konterausführung Okay, wie konnte ich? Warte mal, wie konnte ich? Ähm Achso, okay Die schweben die nicht in der Luft Ich dachte, er stand da Die schweben in der Luft dann Ich brauche eine andere Stöße, ich weiß das noch Ausrüstungsbad Inger Stöße, ich weiß das noch Luftwache Okay Nutze ich jetzt mal das hier Zum blocken Okay Das ist doch mal heftig Hallo Hallo Egal Ich drehe da nebenbei Ich muss das Ich schlöße dort auch Heftige Scheiße Die Ausführungen werden immer schlimmer Alles So Ich Was bist du für ein wieso ist es gerade so schnell gestorben ich werde ich verliere ich glaube ich habe jetzt nicht richtig durchgelesen mit den Schaden von Angriffs und Verbot aber mit dem okay das nicht Eis konnte früher gehen aber wenn du den Angriff blockierst so ja ist klar für olympus brauche ich das heroes schwert ja ich muss das noch mal machen warum mache ich das eigentlich sowieso nicht wenn ich weiß dass ich die mission noch mal machen doch